Die Söhne sind fußballverrückt und trainieren schon fleißig. Das läuft zwar noch nicht ganz so gut, aber es wird schon noch werden. Hauptsache ist, die Kids bleiben am Ball, dann werden sie ja vielleicht mal ein berühmter Torwart oder ein legendärer Schiedsrichter oder ein erstklassiger Stürmer, so ein richtiger Knitzer, der einfach jedes Ding reinhaut. Also liebe Zuschauer, wenn Fußball ihr Leben ist, damit werden sie garantiert ihre Folge haben. Die Sendung schlug ein wie eine Bombe. Sein Ding ist es jeden Freitag um 23.15 Uhr schnell nach Hause und ab auf die Couch. Übrigens dem Reh ist bei diesem Stunt nichts passiert. Es handelt sich um das Berührung. So müssen sich Arbeitnehmer mit besonders gefährlichen Berufen wie Busfahrer, auch im privaten Bereich muss man sich gegen Sportunfälle zusätzlich absichern. Wenn es nach Ulla Schmidt geht, ist der Lebenspartner in Zukunft nicht mehr automatisch mitversichert. Bärenfreund Richard Blütenitz hat pünktlich zum Sparkassenfest mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr in seinem Garten in Bärenhüpfburg aufgebaut. Der Startschuss fällt wie immer morgen Mittag. Alle Bären ab groß ab klein sind herzlich dazu eingeladen. Die Gulaschsuppe mit Eierstisch. So fällt in der Mitzgeierstraße. Spiel und Spaß wird größ und klein. Bitte schon besoffen kommen, das macht mehr Spaß. Wenn Sie auch andauernd Ärger mit Ihrem Auto haben, dann lassen Sie die Schrottlaube doch einfach stehen. Setzen Sie auf alternative Fortbewegungsmittel, wie das zum Beispiel mit Fahrradfahrer. Wer das nie gelernt hat, der geht halt weiterhin zu Fuß. Keine Panik. Wer auf Gehen keinen Bock hat, der kann auch hüpfen. Oder ganz klassisch auf einem Pferd reiten. Wer sportlich ist, der kommt mit einem Stab wunderbar von A nach B. Wer total unsparlich ist, der bleibt halt beim Purzelbaum. Für diejenigen unter Ihnen, die cool und trendig sein wollen, ist das Skateboard ideal. Denn weil Sie ja kein Auto mehr fahren, können Sie mit gutem Gewissen saufen. Und mit zuliebe funktioniert unsere Kinderseilbahn ganz ohne Strom und Benzin. Neuer Trend. Immer mehr Deutsche halten sich mit Kampfsport fit. Neues fürs Kinderzimmer, der Spielzeug-LKW für Bibi. Und Neues für Senioren, die Holzschaukel-Wippe. Mit unserer Haustierpamke antreffen Sie garantiert das Schwarze. Und wenn Sie sofort... Und Leine liegt gut in der Hand und ist äußerst strapazierfähig. Bewiesen. Immer mehr Dachdecker fahren Skateboard. Aufgepasst! Nur über den Wolken ist die Freiheit wirklich präsentlos. Sprichwörtlich, das Glück dieser Erde liegt unterm Rücken der Pferde.